Ihr kennt euch ja. Ja, Markus hat einige Sportkurse bei mir. Volleyball und natürlich andere Sachen. Seit wann bist du verheiratet? Jetzt bald fünf Jahre. Das ist unser Geheimnis. Ja. Hast du gehört? Ich vermisse dich so. Dein hübsches Gesicht, deine weiche Haut, deinen warmen Körper. Etwas Action ist gut, damit nicht alles so langweilig und korrekt ist.